und willkommen zurück zu let's play Mario und Luigi am teuer Bowser ich werde die Teil dran aber ich habe keine Ahnung wie lasst mich doch da dran warum lasst ihr mich da nicht dran ihr seid doch doof also anscheinend gibt es hier keinen richtigen Weg kann ich da gerade noch nichts machen also gehe ich erstmal hier lang ne ich lasse euch mal kurz in Ruhe ach scheiße krankviel als Prinzessin verkleidet ich wusste krankviel ist ne Schuchtel ja ist doch wahr toll mutiert hier doch nicht mal ich glaube ich hei mal besser he 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 ich hätte ein paar Wundernüsse kaufen sollen woher kann ich die aufkaufen ey ich habe einer nicht gedrückt so so du dummer Rabattar ey ich ich habe ach du viel nervt du verarschst mich doch grad hallo hallo echt was das die Feature machen hier extrem guten Schaden aber richtig guten Schaden irgendwie bin ich zu doof irgendwie bin ich zu doof so geht es ha 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 geht doch ich gehe lange wie Exzellentin yeah ein Wunder ist geschehen und achten unser Erfahrungspunkt ja kann man so nehmen dann darf ich mal kurz in ruhe ich will umgucken kann ich hier überhaupt nicht umrühren kann ich hier überhaupt nicht umrühren ähh ja haha ich sehe ich schon ich muss wahrscheinlich erst in die Burg rein und dann von da aus irgendwie wa oder oder komme ich von hier und etwa da irgendwo hin das wäre ja echt ein wow ein Wunder ist geschehen kein kommentar was war das was die wollte mich abwerfen ich habe ihn doch gar nicht getan ok ich bin bei den eingebrungen boah das war es doch schon ach dann halt eben nicht wo geht denn jeden wo geht denn jeden ja Entschuldigung äh ja ja wow ich bekomme mal was ist nicht wahr ich bin ja begeistert obwohl eigentlich nicht das war wie groß ist hier das Gebiet hier wie groß ist hier das Gebiet hier aber ernsthaft втор gehen hin wieder eternity we嫌 geht das eigentlich Ok einfach so öffnen sehr schön Da komm ich nicht durch, weil das den Fähnen betrug. Ich rate mal, man darf uns später nochmal mit Borda spielen. Anscheinend ja. Gibt es hier irgendwie was? Nö. Tschöö. Kommt man da irgendwie hoch? Ich denke mal, Borda kann auch die Teile kaputt machen. Ach so, so komme ich hier Okay, macht ja Sinn So komme ich wieder zurück Ich trollo Ich schaue mich aber, wenn man wieder Bouter wieder bekommt Wow, das sind meine Münzen Ernsthaft Das ist unfair Hallo, ich bin eindeutig gesprungen Ich hab gedrückt Spacko Äh, ich bin angeschlagen Nein Ach Ultra Reicht Ja, der ist schon exzellent Ah, dann fliege ich auf den anderen zu Gut zu wissen Und nochmal exzellent Obwohl Erstmal Weil das ist echt gute Heilung Der hat mir weh getan Das darf der gar nicht Und du guckst nicht so doof Geht jetzt auch mal kaputt Danke Und jetzt bist du fällig, Köppchen Ach man Böde Hey, hey Wow Ja, neuer Der war Punkt Es gibt einer von den 4 mal 50 Das ist nicht wenig Ja, ich sehe schon Hier kann man gerade erstmal nichts machen Also gehen wir erstmal in die Burg selber rein In den Pilzpalast Es ist verschlossen Das wird schwer Wie Ist eigentlich doof Es gibt eigentlich doof Hm, vielleicht können wir durch Ihn ins Schloss gelangen Versuchen wir's Okay Aber dann will ich jetzt erstmal hier nochmal lang Um Dort die Truhen zu holen Also die Kisten Da kann man gut gebrauchen Bestimmt den Inhalt Oh Wow Sehr viele Münzen gibt's aber hier Das muss man schon zugeben Das muss ich schon zugeben Hier nicht Da Ich will wissen, was es hier noch auf der Seite gibt Nicht Wow Also das ist der größte Schrott überhaupt So gesehen Ich bin echt Überrascht Nein Spring bitte Dankeschön Gibt hier irgendwie noch einen Weg Ah Ah Ich tue kapieren Vom Punkt zu Punkt zu Punkt Komm ich da nochmal hoch? Nee, natürlich nicht Verdammte Scheiße Ist das der Hinterhof damit eigentlich gemeint Oder eher weniger Das ist jetzt eine gute Frage Aber ich denke schon, oder? Oder? Nein Ah Ich will Genau das wollte ich Ich single Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin so Guck mal, was ist denn hier drin? Aha. Angriffhandschuh, Wundersirup. Oho. Oho, also nicht das, was ich mir wirklich erhofft habe. Hm. Ey, schleife kein... Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, oh ja. Ey, ich hasse die Viecher. Ach so. Ah, ich glaube, ich hab verstanden. Ey, ich würd noch mal draufhauen. Echzellent. Komm, du mit Ausschläge. Ja, ja, ja. Komm, runter, damit ich dich hauen kann. Na, keine Ahnung, wie man das wirklich abwehren soll. Ob man es überhaupt kann. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht zu sicher. So, und jetzt kommt dein Kopf dran. Und... Komm, noch ein Exzellent. Sehr schön. Ja, der Kopf an dich ist keine wirkliche große Bedrohung. Das sind aber richtig gute Erfahrungspunkte gewesen. und die habe ich auch inzwischen durch den daraus da brauche ich nicht zu springen denn wenn die brille auf einem bräuch nicht zu springen haha du bist blind obwohl ich halt noch mal wegen luigi wollte ich immer so viele sachen auszulegen so hat er auch schon mal wieder gut schaden eingenommen wow der hatte übel schaden genommen ich glaube wenn man ganz schnell das macht dann nehmen die richtig gut schaden ultra pilzer nämlich auch gut und wir haben den letzten rang 25 wie ich gesagt habe schaden erreicht jetzt kannst du in allen läden von toton einkaufen überlegen ob ich das vielleicht auch nachher noch mal machen wollte und jetzt mal ein bisschen verteidigung weil verkehrt wird ja an sich nicht wie komme ich jetzt da rein und hier oben aus war ich da ja ich glaube das ist eher bauters part ich wollte doch schlagen wieso habe ich das jetzt bei mario geschafft muss ich den schlagen wenn der rot ist ach keine ahnung ich würde doch schon gerne mal lieber einkaufen gehen weil die machen hier extrem viel schaden ja sehr viel schaden doch kommen den kampf will ich noch schnell machen und dann beende ich auch schon wieder den part für heute ja komm doch komm doch das kippt mich doch nicht ich mache dich jetzt fertig komm du ich springe ihn auf den kopf ja das war's und damit mache ich auch dein level ab und auch den netzten rang und du gehst wieder auf bad so aber ich würde sagen ich beende jetzt hier den part das war für heute let's play mario luigi abenteuer bowser wir sehen uns das nächste mal wieder wenn wir hier die festung weiter erkunden aber ich glaube wir werden dann in der stadt starten weil ich dann noch ein bisschen shoppen will ich gehe auf den shoppen mal gucken auf jeden fall war es das für heute bis dann tschüss